Jede Messe besteht aus unveränderlichen und veränderlichen Teilen. Die unveränderlichen sind Das Staffelgebet Kyrie Eleisum Gloria Credo, die Gebete bei der Opferung, der Kano Und das letzte Evangelium Und findet sie ebenso die Präfessionen im Ordo Missae Der Ordo Missae gibt an, wo die veränderlichen Teile zwischen die unveränderlichen Geschore werden Die veränderlichen Teile sind Intruito Oratorio Epistola Graduale Alleluia Tractos Evangelium Offertorium Secreta Communio Und Post-Communio Man findet sie entweder im Proprium de Tempore oder im Proprium de Sanctis, je nachdem Die größte Schwierigkeit besteht nun darin, im Voraus zu wissen, welche Messe gefeiert wird